Ja, willkommen zurück. Axis One hier, der langsamste Let's Player der Welt und ich habe euch versprochen, dass wir jetzt BR weiterzocken. Wie ihr seht, habe ich hier ein neues Equip aufgestellt, was so ziemlich daraus besteht, Smash. Damit kann ich am besten zählen. CS, ja, versteht sich von selber und Revo versteht sich auch von selber. Da BR so, ja, verzweckte Räume sind und so, habe ich mir Detect, ja, ausgeliehen, sag ich mal. Da musste ich halt die Leitzinses machen, ja, so nach, soweit ich weiß, habe ich hier noch zwei Kapseln liegen, genau. Mal schauen, was wir gewinnen. Okay, Rudolph, ja, den mag ich nicht. Hab ich das schon erwähnt? Na egal. Ja, und Edolf, ja, nee, danke. Da kann ich auch genauso gut den Müllheim ergreifen. Aber wir suchen uns jetzt einen Raum. Super Action, S4, nein, SOS. Und Chaser, da waren wir schon drin. Das ist jetzt blöder am englischen Server. Die englischen Leute sind die besten Leute, mit denen man spielen kann und trotzdem gibt es keine Räume. Oh ja, komm, lass uns ein Tutorial mit dem spielen, den kennen wir doch, na egal. Captain, nope. Aus irgendeinem Grund habe ich nur 30 FPS. Moment, äh. Dachte ich mir eigentlich schon. Äh, ja. Sagen wir es mal so, aufnehmen und, äh, Grafikanstellung optimieren, gleich nicht gut. Ist abgeschmiert, aber ist das okay. Äh, ja, let's high. Hi. Okay, okay, wir suchen uns jetzt einen Captain-Raum, oder? Einen schönen BR-Raum. Na, das sieht doch mal gut aus. Yeah. Auch wenn es nur sechs Leute sind. Äh. Hier war ich komischerweise immer sehr gut. Aber wir fangen an. Boah. Ganz kleinen Moment, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Zack. Okay, geht jetzt besser. Da ist ja schon der Erste. Boah. Backrape. Oh, Spy-Dagger. Und wir sehen schon, es haben ja ein paar ganz schön hohe Pings. Aber davon lassen wir uns nicht stören. Wir machen weiter. Erwischt. Lass fliegen. Komm. Oh, komm her. Ich bitte dich. Erwischt. Danke. Wow, 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 wow. Lass mich bloß irgendwo. Yeah. Hi. Loll. So. Wir haben jetzt vier Kills und sind noch keinmal, äh, zu einem Mal gestorben. Oh, da kommt einer. Wow. Das war mein Schutz. Ich persönlich finde die Musik ganz schön passabel, akzeptabel, könnte man fast sagen. Oder einfach geil. Oder einfach geil. So, das Ziel ist da vorne. Ich hab euch das noch gar nicht erklärt. Ja, es ist pretty much free for all. Und die Zielscherbe ist der erste, der am weitesten ist, mit den meisten Punkten. Und wenn man den killt, bekommt man Sonderpunkte. Das heißt, es gibt dann ständig hin und her. Von wegen, wer killt den ersten? CS. Komm her. Bam. Gotcha. Und jetzt kommt der noch dran. Gotcha. Und der noch. Gotcha. Woohoo. Triple kill. Und jetzt kommt der Boss, der allerdings ein wenig besser ist. Der hat nicht umsonst 63 Punkte. Aber wir wären ja nicht Let's Play Axis, wenn wir damit nicht zurechtkommen würden. Na, komm her, du Feigling. Wo ist er denn? Ah, da unten. Hier wird er gerade bombardiert. Von einem Typen, den ich jetzt kille. Und eine Kapsel bekomme. Gotcha. Woohoo. You killed the first place. Ich weiß, ich bin einfach awesome. Der gehört uns auch. Und er brech mich nicht. Aua. Spammer. Okay, das war jetzt nicht akzeptabel. Es tut mir leid. 63 Punkte. Das hört schon bei 70 auf. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen beeilen. Aber bischl. Der gehört mir. Ja, killt euch halt gegenseitig. Hab ich ja nichts mehr. Aua. Es ist bald vorbei. Und ich liebe BR. Hab ich das schon mal erwähnt? Oh, egal. Schnell runter. Nein. Verdammt. Spawn genau an der falschen Stelle. So ziemlich am anderen Ende vom Boot. Du gehörst uns. Boah, leck mich doch die Eier. Leck mich doch. Leck mich doch. Der Punkte hat nicht gezählt, weil der Scheißkerl noch davor gekillt hat. Und jetzt hat er 70. Oh mein Gott. Das war der erste Platz. Oh, leck mich doch. Ja, ja. Fick dich. Und ich bin nicht mal bei den fünf Stück dabei. Okay, screenen. Aber das ist so ein Reflex von mir. Okay, müsste ich jetzt lang genug meinen Flame anhören. Wir reparieren von... Hä? Warum haben wir gerade repariert? Achso, die Mütze. Alles klar. So. Ein sehr kurzes BR-Match. Gucken, ob wir was anderes finden. Offensichtlich nicht. Captain. Nope. Ich will euch das ersparen. Fein. Dann gucken wir mal hier. Neoniak. Nope. 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 Oh, nee, ey. Okay, alles klar. Das sind radikale Maßnahmen. Ja. Ich betrete den German-Server. Nein, ich will kein Tutorial machen. Das verstehe ich vor allem nicht. Die Englischen sind immer am meisten im Free 2, weil man sich da rein spammen kann. So im Sinne von ganz schnell, zack. Und die Deutschen, die gehen immer diszipliniert hier in den ersten Free. Weil er leider der erste Free ist. Aber das ist so süß. Ich gucke jetzt erstmal nach dem BR. Und wenn der nicht geht, dann... Beziehungsweise, wenn ich keinen BR finde, gehe ich in den Oldschool. In den Captain-Mode. Was ich jetzt allerdings auch muss. Dreck. So. Captain-Mode. Ja, es muss jetzt sein. Ich versuche mal am besten im nächsten Mal noch einen Battle Royale raus. So. Captain-Mode ist etwas schwerer zu verstehen. Und die Round fängt an. Das ist ja perfekt. Also wir starten jetzt alle als, äh, Captain. Und mit dem Captain hat man 500 HP. Und ich glaube auch etwas Bonus auf Attacke und Defense. Aber, ja. Und jetzt müssen wir hier raus. Und müssen im Team gegen die anderen sechs Captains kämpfen. Und wer stirbt, der bekommt den Captain-Status aberkannt. Und sobald alle den Captain-Status nicht mehr haben von einem Team, hat das Team eben verloren. Und hier heißt es, äh, Teamwork. Was ich allerdings als Captain ansehe. Aber das, ja. Da sind wir geteilter Meinung. Hallöchen. Boah, ich sollte Rebo wirklich auf den dritten Platz legen. Äh, auf den zweiten Platz legen. Du hast mir. Aber. Ah. I need Recovery. Nein, nicht Reset. Haha. Oh, sieht schlecht aus für mich. Geh weg. Geh weg. Juhu. Ich bin vorher gestorben. Klasse Sache. Ja, spammen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben keinen Captain-Status mehr. Was für wie bedeutet, wie, wir werden jetzt in Insta sterben, soweit wir hier rausgehen. Wir wollen nur ein bisschen was reißen können. Da sind die ganzen Captain-Status, die roten Zeichen sind die Captain-Status der Gegner. Was sehr toll ist, die zu sehen. Allerdings nicht so toll, wie ich dachte. We only have one Captain. Okay. Dreck. Ist vorbei. Oh, lol, ey. Heute ist mein Glückstag. Tag der kurzen Matches. Okay. Instant raus. Ja, danke. 20 XP. Kann ich viel mit anfangen. Apropos XP. Wie viel lange brauchen wir denn noch bis zum Level? Äh, 1800 XP. Die kann man eigentlich mit einem Match machen. Bläh, bläh, bläh. Lass mich rein. Lass mich rein. Hör zu, ich bin pisst. Also lass mich rein. Okay. Sesam, öffne dich. Äh, Simsalabim. Äh, dreimal schwarzer Kater. Fick dich! Okay. Captain, nein, den hab ich gerade rausschaut. Äh, sobald das etwas zu lang wird, dann, äh, schneide ich das mal ein bisschen zurecht und so. Ja. Mir gefällt diese Politik. Boah. Ich werd dich jetzt einfach mal böse angucken, du doofest free. Huuu. Okay, ist jetzt auch nix. Ach, jetzt lässt du mich rein. Ja. Das ist alles wieder für nix. Okay, alles klar. Ich verzweifle hier noch. Okay, back to the English server again. Ich brauch was zu trinken. Ach, ist das ein Stress. Ich muss eine rauchen. Da kann man sich schon rein spammen, um dann dauert es so lang. Nein, wir werden kein OS zocken. Never ever. Kein OS. Zwingt mich nicht dazu. Wir werden kein OS zocken. Niemals. Ach, ja, da. Captain. Ja. Ich hab's doch gewusst, dass ich kein OS zocken muss. Kein OS. Kein OS. Bäh. Kein OS. Ja. Ich fail. So. Let's start this again. Ja, wir starten jetzt, weil wir erst gespawned sind, als Nicht-Captain. Etwas rassistisch, aber, ja. Komm her. Du kannst nicht gegen die vereinte Kraft des CS ankommen. Okay, kannst du doch. Ja, wie's aussieht, haben wir hier vier Captains und die haben drei Captains. Das heißt, wir sehen theoretisch etwas besser aus. Vom Status her und so. Und ich kann ja noch ein bisschen nachhelfen. Fress mein Jump-Cancel! Ja, du tritt auf einen! Gang Rape! Wuhu! Abgestaubt! Oh, lol ey. Aua. Voll den Killer abgestaubt. Ich find das einfach awesome.